hallo und willkommen ich bin amk3 wie ihr seht ist natürlich noch mal zeit für warframe und es gab einen hotfix tatsächlich für das update the vacuum within und da sind ein paar sachen passiert womöglich die viele freuen werden die mich persönlich ist gerade ein bisschen ärgern aber das hat jetzt einen anderen grund nicht jetzt was dort verändert wurde aber vielleicht ein bisschen mehr warum aber lasst uns erst mal ein bisschen darauf eingehen denn die entwickler haben tatsächlich bei diesem update mit diesem hotfix tatsächlich ein bisschen text dort hinterlassen den verlinke ich wie immer auch nach unserem video dass ihr das selber vielleicht mal durchlesen kann nämlich da steht etwas wie developer note dabei so nachdem wo du für den entwicklern so ein kleiner hinweis oder nachricht wenn man so möchte und dort steht ja drin mehr oder weniger was ich auch schon erzählt hatte dass sie seit drei jahren jetzt sehen dass der carrier mehr oder weniger komplett das wächter beziehungsweise sentinel gebiet sag ich mal komplett kontrolliert warum weil alle halt den carrier benutzen was ja an sich jetzt kein problem ist und so hatten die ganze zeit halt überlegt wie sie am besten die sache anders gestalten konnten letztes mal im deathstream 80 hatte ich schon gesagt dass entwickler geplant hatten drei mods ins spiel zu packen die eben diese vakuum geschichte jetzt neu regeln sollte für alle sentinels daraufhin haben sie auch feedback der community gehört ja haben sie und weil die nämlich sagten so auf dem motto oh bitte tut das nicht daraufhin haben sagt gut der machen war doch wirklich nicht und haben halt dieses geschichte was er eigentlich als mods vorhatten mehr oder weniger als buff gegeben nämlich als passive fähigkeit für alle sentinels aber wie ihr euch vorstellen konntet dass der eine oder andere fandet diese änderungen jetzt dass die alle sind als nur mit seiner saug leistung von ganzen sechs meter die sache ein bisschen kurz und war deswegen ein bisschen ungehalten dementsprechend kam auch relativ harsches feedback scheine bei den entwicklern nämlich an nämlich jetzt steht hier auf einmal dass wir trotz sozusagen einen neuen vakuum mod im spiel haben das eigentlich der alte vom carrier nur diesen können wir tatsächlich quippen für alle sentinels schon mal danke dafür leute dass wir jetzt keinen passiven sozusagen effekt mehr haben sondern dass wir jetzt wieder modder drin haben müssen der hat natürlich dann nicht mehr sechs meter sondern tatsächlich die zwölf meter reichweite genauso eben wie der carrier wie gesagt ich hätte jetzt mich auch zurecht gefunden das ding nur sechs mehr weit kommt aber gut muss ich ja wieder ein bisschen mehr platz schaffen eben für den neuen vakuum und tatsächlich der am ok ist der vorher die munitions umwandelt für den carrier der ist tatsächlich geblieben der bleibt uns weiter erhalten nur dass ein anderes bild dorthin kommt soweit so gut jetzt kommen wir zu dem einen satz dieser einen satz der mich jetzt persönlich kekst ich meine das davor sage ich mir so wie mein gottes haben das hat noch mal geändert kann ich mit leben wie gesagt ich bin da ziemlich hart am leben da könnte auch viel schlimmeres kommen und ich würde sagen ja ist okay wo andere schon lange aus dem fenster springen würden aber jetzt kommt der eigentliche satz wo ich persönlichen probleme mit habe und werde vielleicht auch gleich sehen warum weil die entwickler danken in diesem arias nach dem motto with that being said sollte motto nach dem motto das jetzt mal aus dem weg geräumt nach dem motto dass wir jetzt das vorhaben so zu bedanken sich sozusagen bei allen community mitgliedern die jetzt konstruktives feedback zurückgegeben haben und vor allem vermieden haben morddrohungen an die zu senden are you fucking serious leute da haben wirklich jetzt spieler gemeinsam müssten den morddrohungen schicken weil das ist jetzt nicht so eine bloße unterstellung von meiner seite aus sondern man würde sowas nicht da reinschreiben wenn nicht genau exakt das vorgefallen ist dass leute wegen dem carrier leuten den sozusagen mit mord und totschlag gedroht haben ja muss jetzt nicht dazu erwähnen straftat ist in deutschland auch und genauso wie in kanada aber jetzt davon völlig abgesehen wisst ihr eigentlich was schon passiert ist in so einem zusammenhang das war glaube ich wenn ich mich nicht völlig vertan habe damals ein nerf von einem völlig anderen spiel nämlich war das nicht call of duty mein ich war es gewesen call of duty mein ich gewesen wäre es da war ein entwickler gewesen der hatte ist auf die tolle idee gekommen ein scharfschützengewehr zu nerfen weil das zu stark war fand er und was ist dann passiert er ist in polizei gewahrsam gekommen nicht weil er was angestellt hat nein weil auch morddrohungen er jeweilige gekriegt hat und er durfte auch nicht mehr weiter arbeiten weil die leute auf der arbeit gesagt haben junge bevor du bevor die leute kommen die dich abmurksen wollen wollen wir dich hier nicht sehen also bleibt mit dem arsch zu hause stellt euch jetzt mal ganz dezent vor davon abgesehen wie gesagt dass das völlig daneben ist überhaupt so was einem zu sagen aber stellt euch mal dezent vor das entwicklungsteam plötzlich mit dem arsch zu hause bleibt nach dem motto und sagt jetzt oder ist mir zu gefährlich auf der arbeit könnte abgemurkst werden ich gehe jetzt erstmal in urlaub für die nächsten paar monate weil es mir zu gefährlich hier manche leute haben einfach nur einen kopf zum haareschneiden habe ich einen eindruck mensch 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 warum er das geschrieben hat sollte auf der autobahn spielen gehen wow und natürlich der satz ist natürlich noch nicht zu ende so bedanken sie natürlich noch an die community damit zu halten wollen hat auch weiter auf die community noch hören aber wisst ihr was das wird definitiv auf lange sicht nicht gut gehen wenn jetzt jedes mal wenn die entwicklung was machen sofort morddrohungen nach dem rüberschreddern dann wenn jemand sagen das ist mir zu gefährlich hier mit dem stress jeden tag mal im leben zu fürchten hier auf der arbeit habe ich keinen bock mehr ich höre auf dann macht die firma dicht und warfram ist da und ich weiß nicht ob das euer plan war im endeffekt des tages man kann natürlich das sagen wisst ihr was das hätte auch ohne etliche morddrohungen locker geklappt warum wenn die ganze community gesagt hat ey das ist eine scheiße die macht das anders da hätten wir es anders gemacht so wie es jetzt wahrscheinlich auch getan haben aber weiß wie viel jetzt da morddrohungen jetzt wirklich auch nicht ganz aus der luft gegriffen waren und vielleicht wurden da auch schon gerechte sagen ich weiß wo dein haus wohnt und so geschichten geschrieben und ich hab ich kann mir viel vorstellen und ich nehme auch stark an dass einiges passiert ist aber wisst ihr was das ist das ist ein völliges desaster wie gesagt jetzt nicht die änderung aber die ende die tatsache dass da das so eine änderung deswegen womöglich entstanden ist für die zukunft wirft ein sehr schlechtes licht auf das spiel wenn nämlich man schon sagen das spiel stirbt ja wisst ihr was totschwätzen kann man das spiel oder eben so sabotieren auf dieser schiene macht ruhig so weiter und warfram ist schneller weg als wir gucken können das gab natürlich jetzt alles nur an die leute die jetzt meinen sie mussten unbedingt morddrohungen richtung der wickler schicken weil wie gesagt das ist ein absolutes und ding und mehr dazu überhaupt nicht gerade zu sagen weil ich mich völlig angefressen bin so wird das immer dann ist vorbeischauen zuhören